Ich bin Markus Meier, Geschäftsführer von Meier Express in Bern. Wir bestehen seit 33 Jahren, haben 90 Mitarbeiter aus etwa 65 Fahrzeugen. Ursprünglich habe ich die Waffe gelehrt, habe dann gewechselt in die grafische Branche und habe mich nach ein paar Jahren selbstständig gemacht, als Stadtkurier ganz alleine in Bern. Ich habe dann nach drei Monaten bereits den ersten angestellt. Der ganz klassische Kurier, der von A nach B fährt, direkt fährt, das machen wir europaweit. Nachher ist eines von unseren Hauptgebieten das Overnight. Das heisst also heute abholen, morgen zugestellt in ganz Europa. Schnell, gut und günstig. Hier in der Halle wird die Ware umgeschlagen, die wir gestern abgeholt haben, die heute in die Verteilung geht. Die Ware kommt einerseits aus dem Ausland, aus Europa oder aus der ganzen Schweiz. Einer von meinen ersten Kunden war Verteilnehmer und der hat mir gesagt, wenn du für mich Aufträge fahren möchtest, dann musst du ein bisschen Viren nehmen und ich habe Viren nicht gekannt und somit habe ich mich darum getan und bin dann auch zum Viren gekommen vor 33 Jahren. Mit Viren gewinne ich neue Kunden, habe die Möglichkeit im Netzwerk neue Leute lernen zu kennen und neue Möglichkeiten zu arbeiten für meine Firma. Ich platziere meine Viren mit Autokaufen hauptsächlich. Unterhalte und Reparaturen können wir Viren umsetzen und das neue Ding somit tanken. Das Tanken ist bei uns ein sehr grosser Kostenfaktor mit etwa 700'000 Liter pro Jahr. Wir sind bereits Kunden beim Rudi Rüssel und für uns ist das natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Ich wäre nicht da, wo ich jetzt wäre, wenn ich nicht mit Viren machen würde. Viren hat mir sehr viel ermöglicht, sehr viele Kontakte gegeben, sehr viele Kunden gegeben und sogar Freunde. Wir sind jetzt bei uns ein bisschen befreundet, sehr viele Produkte, sehr viele Ledigungen. Wir sind jetzt bei unsere Partner, viele Menschen im Grunde, sehr viele Kunden von Autokaufen. Wir sind jetzt bei mir ein bisschen berühmend für die Politik, sehr viele Kostefatie. Wir sind hier bei uns mit Viren. Wir sind hier bei uns mit Viren. Wir sind hier bei uns in einem ein bisschen mit Viren. Wir sind auf demETH-Viren und ich bin hier bei uns mit Viren.